ich ist bei mir steht 1 wo es auch erst verstehen was überwachen muss müssen die kolben bewegen und hier unten ist das okay ich habe hier geschenkt ich habe richtig viele knöpfe achte scheiße oh mein gott hast du auch so viele knöpfe? ich habe 50 knöpfe ach so hier unten sind überall so ach gut ähm ja nein oder aber was wir jetzt machen könnten dass ich erst meine kolben mache dann du dann deinen, dass du dann hier oben stehst und dann guckst wir machen das am besten machst du das zuerst dass ich bei dir gucke ne wir müssen es gleichzeitig machen was passiert warum? ne einer muss drücken der andere muss gucken was zu drücken dann machen wir das erstmal meiner seite und dann bei dir dann müssen wir alle platzieren was? ich habe schon alle meine knöpfe platziert ja ich verstehe das aber noch nicht so wirklich wenn du, hast du, du musst immer den einen Pisten drücken dann drückt er den Pisten ein weiter eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, vier ne du hast, du musst, äh, du musst die zwei dann, du musst jetzt die zwei drücken zwei drück mal die vier jetzt vier drück die drei drei die fünf die fünf ah klar logisch wieder die vier so ist das vier da ist die sechs sechs, fünf sieben sechs acht sieben neun acht zehn neun so ist ja eigentlich immer einfach elf zehn zwölf elf treuzehn zwölf vierzehn treuzehn ja du bist am Ziel du bist am Ziel du bist am Ziel jetzt muss ich das auch noch machen ne ist ja nicht so spannend nice ist ja cool so ist eigentlich einfach die eins richtig die drei zwei fünf vier ist das richtig was ich mache ja cool schlicht gemacht jetzt kommt dann noch ein Sandflug runter ja genau die müssen dann immer in die Löcher mach das ja einfach mal so immer in demselben Rhythmus cool fertig ja bei Sandblut die Glocke sind quasi gefallen ja ah warte mal der liegt da warum liegt der hier äh verstehe ich nicht ist hier unten jetzt ein Weg ne irgendwie nicht muss ich wieder zurück ich verstehe es nicht glaube ich war zu schnell ne aber bei mir liegt doch auch wieder was oder hä ich verstehe das nicht müssen wir das gleichzeitig machen ja doch stimmt du musst du musst nochmal zur anderen Seite genau du musst wieder zur anderen Seite ich muss auch wieder zur anderen Seite in jedem der drei ja du musst wieder noch einmal wieder zur komplett anderen Seite ist ja komisch hm was ist das weiß ich nicht ich drück einfach meine Knöpfe hier durch diese Seite ist geschafft du musst noch zurück du musst noch zurück genau auf jeden Fall du musst jetzt einmal komplett mit dem Piste nach links dann einmal wieder nach rechts ne das heißt du musst dann 15 dann jetzt wieder erst 10 ausfahren ne du musst erst 15 dann 13 dann 14 dann jetzt muss ich 13 ne 13 ich guck mal oben ne was du drücken musst ich helfe dir ein bisschen hm 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 ja du machst das richtig du machst das richtig du machst das richtig boah krass äh weißt du ja du machst das aber schon mal richtig und noch noch zweimal noch einmal und diese Seite ist geschafft noch einmal noch einmal so jetzt Ausgang open it Ausgang geöffnet wenn wir bedenken dass hier vorhin war einfach hier nur so ne so ne Wand und jetzt ist hier einfach direkt ein Weg hier war einfach nur so ne Wand aber jetzt ist hier ein Weg komm blocks ist sicher alles ja Kammer 9 oh das sieht immer interessant aus Stromgenerator alles klar das sieht krass aus das sieht hart aus ne das ist nicht schlecht hm hier gibt's was was denn oh Federn ich hab hier auch so einen Raum gefunden aber hier ist nicht so ganz viele Fehlern ganz viele Fehlern ganz viele Fehlern was können wir mit den Fehlern eine Schaufel ja das brauchen wir bestimmt also hier sind noch ganz viele Geschenke eine Schaufel eine Schaufel Kies Schaufel Besmarinenscheiße ich hab eine Holzbretter-Axt Kies Schaufel und eine Holzbretter-Axt Kies Schaufel und eine Holzbretter-Axt eigentlich schlecht ich hab nur ne Holzbretter-Axt Kies Schaufel so ich hab noch ne hast du noch ne Kies Schaufel für mich ich hab auch noch ne Holzbretter-Axt ich hab auch noch ne Holzbretter-Axt hier Holzbretter-Axt warte dann würde ich sagen Kies sind wir mal alles weg Feuerstein war da drin oder? ja ich hab auch schon Feuerstein so wie viel Feuerstein? ich hab wir brauchen alle ich hab noch drei Feuersteine so jetzt komm wir mit ich hab 16 hier jetzt brauchst du die Holzbretter-Axt weil hier sind Holzbretter genau das wird wahrscheinlich auch ne Kiste versteckt sein oh sorry ah danke ich bin auch ein Holzbretter-Axt das Brett vom Kopf dafür hab ich mir hab ich dir jetzt äh schätze geklaut was war da drin? zwei Stück bis Marienschätze oh oh ja ich hab ich 11 Uhr nur 8 Euro oh 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 Ames aber mehr ist hier glaub ich gar nicht einfach mal mitnehmen ist bestimmt cool wir brauchen die Holzbretter vielleicht bestimmt sogar noch aber ich hab's immer noch nicht verstanden aber ich hab's immer noch nicht verstanden wir müssen wahrscheinlich ne Runde Badlash gehen und dann spielen und dann bauen ok welch der denn in der Mitte ist wer mehr Blöcke hat 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 angeboten ok mit dem Kies wird's ganz mit dem Kies funktioniert's für uns am besten wir könnten übrigens vielleicht vielleicht müssen wir hier und was ist hier dran? ich bin im nein ich bin im Stromgenerator Wasser im Stromgenerator Wasser ja ist doch in der Mitte ist so ein Stromgenerator das Wasser hier das hab ich auch nicht verstanden hier sind Spinnenweben und die Crafting Table warst du hier schon in dem Stromgenerator Haus? warst du hier schon drin? nee hier ist noch ne Feder drin du hast ne Feder übersehen ich das? scheiße ja 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 Schere könnte aber aus den ganzen könnte man Feiler machen aus äh aus Kies Weg zum Generator Weg hin Weg zum Generator Weg hin also hier gibt's noch an und aus aus und Steuerraum kaputt ok äh irgendwas ist hier kaputt äh irgendwas ist hier kaputt eine Kiste müsste müssen wir irgendwie den Steuerraum reparieren ich versteh's nicht ich glaub das ist der Steuerraum ja kannst du das denn irgendwie abbauen? schere ach hast du ne Schere? hab ich doch gesagt hab ich nicht gehört aber gut dann reparieren wir den Steuerraum mal wir missen hier auch alles aus ne looten und leben ok ok ich würd sagen Steuerraum was passiert wenn wir jetzt wieder hingehen ich sag dann Steuerraum kaputt nicht mehr ich schrück mein Knöpfchen hier wird immer noch kaputt ja wo ist der Steuerraum ach guck mal wir haben jetzt äh Federn wir haben Feuersteine und wir haben Gieß und wir haben äh noch Fechtenholzbretter und wir haben und Fäden vielleicht könnten wir Bögen machen und Pfeile ne doch könnte man machen Tatsache aber sowas weiß ich nicht vielleicht den doch da oben sind da oben sind Glowstones mit äh Knöpfen die kann man nur mit Pfeilen machen cool wir haben ja nur Sachen abgeboten um das zu craften ich geb dir mal alles was ich habe dann kannst du mal hier die großen Craft-Action machen die große Craft-Action wahrscheinlich haben wir deswegen auch nur eine bestimmte Anzahl Federn und so ne warte mal macht doch Federn ja genau macht mit Federn mit äh Kiel ne mit Feuerstein und mit genau Holz ah ja genau Holz muss ich vielleicht noch geben ich hab du hast nicht genug Holz glaube ich ja bestimmt doch und dann müssen wir wahrscheinlich genau das ist Feuerstein und mach aus dem Rest einfach so viele Pfeile wie es geht ja wo sind die Fäden hingedruckt weiß bisschen verpackt ich sag schieß mir da oben die Sachen an dann gucken wir mal dann schießen wir mal ich schieß von der einen Seite du von der anderen Seite ja ich treff natürlich schon mal nicht ja hast du getroffen ja mich getroffen Mist ab neben hast ich hab schon vier auf einen getroffen ah jetzt hab ich getroffen mit das Bett war's pro wisse mhm merkt man schon ein bisschen ach du scheiße gehen wieder aus meine sind meine sind jetzt alle an generell genau ok so repariert man den Generator ja komm mal ok dann wenn der Generator der repariert ist dann was können wir jetzt machen hier ist der Raum kaputt immer noch immer noch ne ich hab anscheinend ich hab den Knopf gedrückt hier einfach wir können weiter hey wo bist du Bernie ja guck mal an dem Generator der war hier unten war hier so ein Knopf Mist hab ich gedrückt dann stand da Ausgang geöffnet und wahrscheinlich nimmt jetzt alles wieder weg ja sehr gut gemacht gemeinsam mit was war da drin nix du hast einen Schatz genommen oder du hast vorher acht ja ok gut wie hieß das was hat er jetzt ich hab kein Name gemeinsam gemeinsam irgendwas mit gemeinsam gemeinsam einsam egal äh gemeinsam einsam ich hab ich bei mir ist hier so ein Licht an warte mal gleichzeit ich hier drauf ok bist du immer gleichzeitig auf die nächste Druckplatte jetzt ja jetzt 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 oder jetzt wow voll spannend und jetzt ok achso du musst mir die Tür öffnen drück mal nochmal ok ah ich hab hier einen Knopf ach so ich drück den Knopf hast du es geschafft ja froh sei froh ok Achtung Achtung nein ich bin schon gesprungen vor so ich hoffe aber wir müssen na super na wir müssen ja super ne schön ne also gut muss aber wenn du dir Achtung sagst dann springe ich natürlich nach zwei Sekunden später ja ich springe dann mal weiter wenn das Licht an ist so ich springe ich drück den Knopf ich drück den Knopf Achtung ok das hat ja zum Glück du kannst auch die Knopf so drücken du kannst sie auch so immer gedrückt halten ne ok so wie ich das mache dann geht die Tür nicht mehr zu hast du geschafft ja sag das doch mal ich spring rüber drück drück so dauernd also ich drück den Knopf ja die Tür bleibt offen gut dann spring ich mal durch so boah das ist ganz schön schwierig so kann ich ich drücke warte Achtung und ACH nicht dein Ernst ich sterbe doch Mann nö 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 wir waren so weit doch mal schon nö voll wir ziehen vor die Mapse in die Länge aber die Mapse waren aber wir können ja am Ende mal drüber reden wie die Mapse ist und so wie du sie fandest äh bis jetzt finde ich sie schon mal nicht schlecht ja ich auch nicht Achtung ja geschafft sag aber wenn du durch bist du damit ich das weiß ich drück okay ich glaube durch und und bitte dich mal ist das so schwierig ich bin oben dran geklatschen und heute da geht es sich blöd nicht okay aber egal ich würde sagen jetzt schafft man das ne das kriegen wir schon hin alle guten Dinge sind drei eben gemeinsam miteinander drücken durchgehen drücken und springen drücken und ich fehle da kann es auch noch nicht mehr schaffen ne man nö